Sie wissen es, weil wir hörten das auch eingangs in dem Gespräch, dass andere weder mit Pete führte. Oh, der saß auf der Linie. Ist ja schwer erkrankt. Deswegen ist also Paul Anacone, selbst ehemaliger Spieler der Herrentour, so etwas wie ein Ersatzcoach der New Yorker für Pete Sempris. Verzielt. Ja, bitte. Verzielt. Das war der erste Kracher. Ja, der Sempris bestimmt wie eine Erlösung, nachdem... Sempris normal spielt. Third Teeber. Four Teeber. Genau aufs Kreuz, genau aufs T. Versucht. Game Brush. Und dann noch eine kleine Überraschung. Carsten Brasch. Der war besser, aber dennoch ohne Chance, der Deutsche. Ja. 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 Souverän, wenn Brasch ihm so schwach mit dem zweiten Aufschlag kommt, dann sagt der Amerikaner einfach nicht nein. Das war ein Fehler von Sampras. Hier ist deutlich zu sehen, wie Carsten Brasch Tennis spielt. Aber vorher natürlich ein ganz entscheidender Fehler von Pete Sampras, als er Brasch im Spiel ließ. Er ist Nummer 6. Der war ohne jegliche Diss... Ja, wieder aufgepasst. Der zunächst einmal... Ja, der Rasen ist trocken. Doch erhebliche Schwierigkeiten mit seinem ansonsten doch so guten Aufschlag hat. Darüber täuschen auch die 6 Asse bisher nicht hinweg. Er war zu gut. Das letzte nicht berührt. Und damit also... 30.15 40.15 und er nicht so Boy. Er hat ja auch schon gesehen, und er hat nicht gelesen. Er wird das anzumelgeschaut. Er ist ganz speziell für den Aufschlag升. Ich glaube, das ist alles auf die Öffentlichkeit. Yes, well played. He needs another good first serve here. Terry Sampras nailing that cross-court backhand finally to take the opening set after just 46 minutes of play on the tie-break. Kicking up much more steep. Thank you. 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 . 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 Und Leeds 30-11, aber jetzt 30-40. Game Samples. Togon could have hit it and... ...touched it well. Of course, Samples won the tie-break. Ja, ja, ja! ...the result is certainly something he'd like, 30-all. ...the result is certainly something he'd like, 30-all. ...decisive volley across court. ...and Samples serves 3-4. 15-0. ...30-all. Although he was getting into a groove towards the backhand. ...40-all. ...so that good, it doesn't matter. Oh, good shot. ...he's used to having to all come much higher than it is today. ...15-0. There's a great touch. ...he pries Rashes serve from him here. ... ...the optimizer. ...point back at Juice. ... ... Vielen Dank. The line wrong footing, Sampras. Well, that's great play. Oh, that's it. Oh, he was lucky. Oh, what a recovery shot. Oh, it's so exciting. Louise, round this one. Sampras dives, but can't do what Becker can. 2-1. Rush. ... Oh, he's done, another one. Oh, that's tremendous tennis. Now, four set points for Brash. 6-2. He's done it. 5-3. 1-2. 15-0. 15-0. 16-0. Applaus Applaus Ah, well played. My goodness. Applaus Equally good point there by Sampras. Applaus Equally good point there by Sampras Applaus 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 James Sampras 15-0 James Sampras Teams James Sampras August Alex Sampras David Sampras Oh, auf der Linie Und noch einmal, vorne am Netz, sich verschnippelnd, Carsten Brasch Und wir haben ihn zwar nicht im Bild, aber er schüttelt den Kopf, ist verhagert So schnell geht das, eine lange Zeit, zwei Stunden, vier Minuten gespielt Ja, Mann! Thürde, Thieler Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you.